Die Ukraine hat in der Nacht auf diesen Donnerstag erneut russische Ziele aus der Luft angegriffen. Die USA warnen Nordkorea nachdrücklich vor Waffengeschäften mit Russland. Die Schlacht an der Ostfront der Ukraine erreicht einen entscheidenden Punkt im Krieg mit Russland. Experten sagen, dass Robotüne im Süden und Kupiansk in der Region Donetsk auch weiterhin die Brennpunkte der Gefechte bleiben. Die Truppen der Ukraine stehen unter ständigem Drohnenbeschuss. Aber die Mission besteht weiter darin, die Landbrücke zwischen Russland und der Krim zu durchtrennen und Moskaus Streitkräfte möglichst noch vor dem Winterbeginn von den besetzten Gebieten im Süden abzuschneiden. Das russische Oberkommando hat die Gefahr eines Durchbruchs offenbar erkannt und darauf reagiert. Große Reserven der russischen Streitkräfte treffen im Gebiet Robotüne ein. Aber keine der beiden Armeen kann ohne Munition funktionieren, und der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat den Arbeitern einer Militärfabrik in der Region Tula gesagt, sie sollen eine ununterbrochene Produktion rund um die Uhr aufbauen. Waffengeschäfte? USA warnen Nordkorea. Shoigu reiste kürzlich auch nach Nordkorea, um Pyongyang davon zu überzeugen, Artilleriemunition an Russland zu verkaufen. Die Reaktion der USA ließ nicht lange auf sich warten. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, warnte Nordkorea, jedes Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland würde direkt gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen. Wir beobachten die Situation weiterhin genau und fordern Nordkorea auf, die Waffenverhandlungen mit Russland einzustellen und sich an die öffentlichen Zusagen Pyongyangs zu halten, keine Waffen an Russland zu liefern oder zu verkaufen. Moskau, Vergeltung für Attacke auf Flughafen Psko Unterdessen kündigte die russische Militärführung Vergeltung für die Attacke auf den Flughafen Psko nahe der Grenze zu Estland an, bei dem mehrere Transportflugzeuge des russischen Militärs zerstört oder beschädigt wurden. Es war der bislang massivste ukrainische Drohnenangriff auf russisches Gebiet seit dem Kriegsbeginn im Frühjahr 2022. Und die Luftangriffe der Ukraine setzen sich fort. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wehrte die Flugabwehr über der von Russland annektierten Halbinsel Krim in der Nacht zu diesem Donnerstag einen Marschflugkörper ab. Ebenso seien über dem Gebiet Bryansk an der Grenze zur Ukraine zwei Drohnen abgefangen worden.